Heute war mieses Wetter, also war Kultur angesagt. Genauer gesagt eine Schlossbesichtigung, aber nicht in irgendeinem Schloss, sondern im tollen Braunschweiger Shoppingschloss. Kein Herzog weit und breit, dafür aber jede Menge Untertanen bzw. Kunden von wegen Hektik. Hier ist auch Zeit für ein gutes Gespräch. Hier erfährt gerade die Freundin, wie oft der wertige Mal in der vergangenen Nacht auf die Toilette musste. Und die Herren der Schöpfung, sie geben nichts auf das Geschwätz ihrer Damen, denn sie wissen, nur in der Ruhe liegt die Kraft.